Aloha und weiter im Text mit Jack3. Ich muss zugeben, bei der letzten Aufnahme war ich sehr, sehr, sehr angepisst. Und ich hoffe, dass sich das jetzt ändert. Aber ernsthaft, wenn ich irgendwo langfahre und hier ständig irgendwelche Gegner... Genau, das meine ich. ...irgendwelche Gegner auftauchen, die dann auch noch dafür sorgen, dass ich mich nicht bewegen kann, dann ist das schon ein bisschen scheiße. So, jetzt möchte ich hier bitte raus. So. Ja. Ah, da stimmt, da war was. Moment. Ja. Und da drüben nochmal. So, weiter geht's. Ähm, Jack, würdest du... Ah, ja. Nicht auf mich schießen, ich möchte auf dich schießen. Ist das denn so schwer? Okay. Und jetzt rauf da. Okay. Super. Geschafft. Coolio. Aber da sind noch Gegner markiert mit der Karte. Ja, also ich merke, es lag daran, dass ich, äh, einen gewissen Agro-Level überschritten hab. Aber, äh, es war ja... Wow, hey! Da saß noch einer drauf, ich verstehe. So, und jetzt? Was soll ich jetzt machen? Soll ich jetzt da hoch? Hm. Wahrscheinlich. Gucken wir mal. Ah, ich erinnere mich, der fuhr ja mit nach oben. So. Hey! Hallo! Ach, nö. Ich bin im Schiff der dunklen Schöpfer. Ich kann ein paar dieser Maschinen steuern. Aha. Ah ja, die sollte ich jetzt alle kaputt machen. Ich verstehe. Ah, Hauptsache, das ist nicht wieder so eine bekloppte Mission, wo man bloß nichts kaputt gehen lassen darf, damit, äh, also wo man dann 10 Kilometer läuft und alles wieder von vorne anfängt, wenn nur eine Sache kaputt geht. Das war intuitiv. Ähm. Ah ja. Au. Cool. Das war klug. Ja. Oh Gott. Oh je. Hm. Oh Gott. Warte ich lieber mal ab. Jo. Ich komme. Moment. Au. Das war natürlich... Den letzten Schlag musste ich jetzt natürlich noch... Ah ja. Ich hätte jetzt schwören können, dass ich den getroffen hatte. So, das Ding soll ich kaputt machen, aber... Ah ah. Du explodierst doch gleich, ne? Ja. War mir klar. Okay. Äh, einmal. Mhm. Ne, das ist, glaube ich, schon gut. Wo der da steht. Oder? Jo. Das war gut. Jetzt muss ich hier runter. Anscheinend. Huah. Jack, ich sehe nichts. Ich gehe gleich kaputt, glaube ich. Befürchte ich so ein bisschen. Ähm. Äh. Moment. Boah, steuert der sich gut. So, Jack. Geh mal nochmal zurück. Und jetzt drehen wir uns ganz langsam. Super, machst du das. Genau da wollte ich ihn hinhaben. Nicht. Ne. Dreh dich mal um. Das kriegen wir hin, Jack. Genau. Und jetzt dahin. Jo. Oh Gott. Muss ich auch noch springen? Ei. Und ich muss bestimmt von vorne anfangen, wenn das hier schief geht. Okay, das lief ja schon mal ganz gut. Und das ist, glaube ich, sogar schon die richtige Richtung. Nö. Warum sollte sie das sein? Okay. Äh. Oh, das Schwierigste hier an der ganzen Sache ist, eigentlich Jack in die richtige Position zu bringen. Ah, der trifft mich fürnissens nicht. So. Hallo, könntest du mal bitte treffen? Danke. Sehr nett. Oh, Gottes Willen. Yay. Ich drücke R1, um Objekte zu greifen. Ja. Ach. Gedrückt halten, ja. Anscheinend. Aha. Oh Gott. Oh Gott. Ah, und jetzt muss ich hier noch an der Kante so agieren. Äh. So, und. Nee, das war's nicht ganz. Jetzt aber. Aha. Da müssen wir also jetzt rüber. So, dann gehen wir hier. Und drüber geht's. So, hier ist niemand mehr, ne? Ja. Nee, das ist ein bisschen zu weit. Weg. So, das ist in Ordnung. Und hoch. Wah. So, nochmal. Und. Hehe. Nochmal. Bisschen näher ran. Okay, und los geht's. Jack. Komm schon, Jack. Wir haben noch drüber gesprochen, mit dem, von wegen mich bloßstellen und. Danke. Ich wusste, ich muss sie nur nochmal daran erinnern, dass wir drüber gesprochen hatten. So. Ach nee, den warte ich ab. Das wäre jetzt super ärgerlich, wenn ich jetzt versagen würde, weil ich zu ungeduldig war. Oh Gott. Da ist doch noch einer. Ach, wie schön. Wir warten gegenseitig ab, bis der andere seine Blase löst. Schön. Seinen Schutz meinte ich eher, nicht seine Blase. Das klingt so falsch. Was ist das hier? Kann ich gegenschlagen? Nö, kann ich nicht. Okay. Bin schon sehr angeschlagen, was ich nicht gut finde. Und hier kam gerade Strom. Ah ja. Ah. Jetzt sollte ich mich mal wieder richtig hinstellen. Ja. Oh Gott. Jetzt aber. Oh Gott, ich springe immer zu früh. Oh, hier muss ich die komischen kleinen Knüppel da treffen. Anscheinend. Mist. Verdammt, ich sterbe. Es ist so schwer abzuschätzen, weil dieser blöde Strahl da kommt. Jetzt haben wir's. Jetzt haben wir's. Ah, jetzt. Ein Glück. War's das? Anscheinend. Cool. Ich möchte mal kurz was gucken. Und zwar. 88 Prozent. Sind wir bei 88 Prozent? Jo. Ah. Okay, dann geht's jetzt nach unten. So, wo wollen wir denn hin? Anscheinend müssen wir gehen. Ah ja. Hallo, aufmachen. Aufmachen. Ich will wieder in die Stadt. Ah, die Sonne. Geht sie gerade unter? So, Leute. Wäre schön, mit euch zu quatschen, aber ich muss los. Ich muss los. Ah, falsch abgewogen. Lass mich durch. Lass mich durch. Ich bin Jack. Äh, ich bin Jack. Ja doch, ich bin Jack. Ich wollte eigentlich sagen, ich bin Arzt, aber irgendwie. Ah! Jetzt wollte ich mich einmal an der Nase kratzen. Weil ich dachte, ich fahre ja eh nur geradeaus, aber... Naja. Ja, die Schädelsteine hole ich mir jetzt nicht. Muss ich ja nicht. So nötig habe ich es dann auch nicht, ne? Hui. La 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 la. Du, 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 du. Wo war das denn noch? Ah ja, ja. Ich muss ja jetzt eine halbe Weltreise machen. Um zu diesem blöden Platz dazukommen. Helfer. Higgs, Hilfe. Ich habe gerade selber alle Hände voll zu tun. Ich versuche hier gerade zu fahren, ohne in Schwierigkeiten zu geraten. Leute, das müsst ihr erst mal nachmachen, ne? Helfer. Halt! Aua. Ne, ihr sollt nicht auf mich schießen, ne? Das ist so... So war das nicht abgemacht. Ich wollte die Dinger hier kaputt machen. Ah, da muss ich mal kurz runtersteigen. Au! Geh weg! Ich hatte ein bisschen gehofft, dass da vielleicht noch was versteckt ist, wenn man die Dinger übersieht, aber dem war nicht so. Ups, Entschuldigung. Uah. Au, au. Boah. Doch. Ach, Gott. Was hast du gesagt? Was, 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 was? Wir sind hier ganz schön weit vorgedrungen, kann das sein? Oh, hier ist ein Zelt. Doch, das ist ein Zelt. Ich weiß doch, wie ein Zelt aussieht. Ah, nein, nein, nein. Fahr ich im Kreis? Oh je. Wahrscheinlich so ein bisschen, wahr? Oh, oh, oh. Aua. Entschuldigung. Das war keine Absicht. Okay, und... Uah, hey. Sonntagsfahrer. Dein Führerschein auf dem Rummel gewonnen, oder was? Ach. Ach. Jam, jam, jam. Au, au, au. Au. Mano. Au, hey. Halt, stopp, stopp, stopp. Da ist ein Ob. So, hallo, Leute. Es wäre nett, wenn ihr mich nicht erschießen würdet. Komme ich da so hoch, oder muss ich da den hier machen? Den ich gerade nicht machen kann, weil ich... Ah, doch, ein bisschen kann ich. Hey. Ja, komm. Jack. Jack, bitte. Wenn er nicht da drauf rumlaufen würde, ne? Dann wäre das ja alles nicht so... Leute, lenkt die mal ein bisschen ab. Ich will den Orb da haben. Alter, das gibt's doch nicht. Hm. Ich will diesen blöden Orb haben. Naja, gut. Ich würde sagen, wir sehen uns dann im nächsten Part von Jack 3 wieder. Over. chemical. Wir sehen uns mal oder wichtig. ули-ü können. Wir sehen uns mal über für die Befeuzehk. Wir sehen uns mal über den Befeuzehk.